Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich hier für euch in Battle for Esso dort unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir aus Uldum bekommen. Und zwar, wenn eine bestimmte Invasion ab ist. Wir brauchen nämlich hier die Invasion vom Schwarzen Imperium in Uldum. Wenn wir jetzt hier einmal gucken, Angriff von Enzot, also die Schwarze Imperiums Invasion. Und dann sind wir hier unten auf den Koordinaten 50, 82. Und da müssen wir relativ weit hoch fliegen, denn wir haben hier oben eine Plattform. Und auf dieser Plattform kann ein Rare spawnen, der relativ selten tatsächlich ist. Und zwar heißt dieser Rare Großexekutor. Und der hat eine Spawnzeit, die noch nicht so hundertprozentig bekannt ist, aber man schätzt so zwischen 2 und 3 Stunden. Also doch relativ lang. Zumindest habe ich hier schon eine Weile gekämmt. Manche für, wer hat da mal auch gemeint, knappe 2 Stunden gekämmt, bis er denn gespawnt ist. Der kann ein Toy wiederum droppen. Und dieses Toy ist das hier am Schienen des Kraft-Prozesses. Und das hat etwa eine 2%ige Drop-Chance. Der Mob hat, wenn man ihn so angreift, um die 7 Millionen Live. Also eine Gruppe bietet sich an. Ich habe ihn mit dem Main jetzt solo umgehauen. Wenn man ein bisschen dodged, ist der relativ easy umhaubar. Aber dauert halt ein bisschen, weil er halt relativ viel Live hat. Also eine Gruppe macht tatsächlich Sinn. Ja, jetzt schauen wir mal, was das Toy so kann. Ich habe den nämlich eben spät in der Nacht noch mit dem Twink hier erwischt. Wenn wir das einmal lernen, dann können wir uns mal angucken, was es macht. Also Armschienen des Kraft-Prozesses. Und wenn wir das nämlich einsetzen, gebt mit euren Muskeln an und erhöht 30 Minuten lang die Armkraft. Und hat eine 45 Minuten Abklingzeit. Setzen wir mal ein. Irgendwie geben wir jetzt aber nur 15 Minuten lang an. Aber man ist dann oberkörperfrei, so wie es aussieht. Und flext dann halt zwischendrin so ein bisschen. Ist ein ganz nettes Toy. Ja, hat jetzt aber keinen großen weiteren Effekt. Aber natürlich wieder eins mehr in der Sammlung. Ich zeige noch einmal hier die Map. Ja, hier oben sind wir. Und ja, was ich für ein Add-on hier habe mit den Sternen, das ganz gut ist, das ist einmal Tomcat Tours und dann Tomcat Tours. Und Vision of the Zod braucht er. Dann seht ihr das. Und ihr seht hier den einen, der ist jetzt abgehakt. Den habe ich gerade mit dem Twink umgehauen. Da sieht man auch, wenn man drüber fährt, wo was droppt. Ist ganz praktisch für das ein oder andere Mount oder Toy-Pad, was man farmen will. Genau. Gut, das war es mit dem Video. Wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ja, sonst sind wir durch. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.